Willkommen zum zweiten Teil des Themas Anordnung oder wie es hier heißt Bildschirmobjekte anordnen. Im ersten Teil habe ich euch erzählt, dass man die Anzahl der Elemente auf dem Bildschirm möglichst gering halten sollte. Das heißt, dass man vor allen Dingen Objekte, die nicht notwendig sind, einfach verschwinden lassen sollte. Denn was nicht da ist, muss auch nicht wahrgenommen werden und sorgt damit auf jeden Fall für die Reduzierung erzwungener Sequentialität. Denn die Wahrnehmung von etwas, was nicht wahrgenommen werden müsste, ist ja auf jeden Fall eine erzwungene Sequentialität, also ein Zusatzaufwand. Und der zweite wichtige Teil ging um die Alignierung, also die Ausrichtung an Fluchtlinien, das einfach für eine optische Ruhe sorgt, dass man nicht mit dem Auge stolpert, wenn man irgendwie drüber guckt. Und auch wenn man zum Beispiel etwas sucht, wenn man einen Text sucht, dann kann man einen etwas genau entlang gucken und findet das dann. Das könnte man so ein bisschen damit zusammensetzen, wir haben aufgeräumt. Wir haben aufgeräumt in unserer Wohnung oder jetzt in diesem Fall in unserer Nutzungsschnittstelle. Jetzt wollen wir einen Schritt weiter gehen und wollen gucken, wie Objekte einander zugeordnet werden. Denn denkt dran, es gab ja die Übersichtlichkeit, es gibt die Strukturiertheit und jetzt gehen wir mehr in Richtung Strukturiertheit. Wie kriegen wir es also hin, dass wir klar machen, welche Objekte miteinander etwas zu tun haben, was zusammen gehört. Ich zeige euch ein etwas lustiges Beispiel. Eine Hardware zwar, aber trotzdem kann man das Problem der Zuordnung gut zeigen daran. Diese Kaffeemaschine stand lange Zeit bei uns im Heinz-Nixdorf-Institut in einer Kaffeeküche. Mittlerweile ist sie leider verstorben. Also die Maschine hatte immer mehr Mucken gemacht und naja, dann haben wir sie irgendwann, beziehungsweise das Heinz-Nixdorf-Institut hat sie dann irgendwann drangegeben, die Maschine. Aber wir verwenden sie jetzt mal, um etwas Schönes zu zeigen. Es hatte nämlich mit einer dieser Mucken tatsächlich zu tun. Diese Maschine, die konnte Kaffee kochen, die kann aber auch alles mögliche andere. Die kann zum Beispiel auch Kakao mixen und kann in den Kaffee Milchpulver hinein mischen. Und Zucker kann auch mit hinzukommen. Und dafür ist da eine komplette Mixer-Einheit, eine komplexe. Und dafür ist da eine komplexe Mixer-Einheit drin. Und diese Mixer-Einheit, naja, hatte so ihre Macken. Und es passierte manchmal, dass wenn da etwas ausgeleiert war oder ausgeschlagen war, dann funktionierte die nicht richtig. Und so war es dann wieder auch an einem Tage. Und es war so, dass immer wenn man Zucker dazu nahm, diese Mixer-Einheit verstopfte. Also ist ein Kollege von mir hingegangen und hat einen Zettel gemacht, auf dem drauf stand, bitte keinen Zucker nehmen. Und hat diesen Zettel oben auf die Maschine gestellt. Und hat dann ein Tässchen Zucker daneben gestellt, mit einem Löffel drin, sodass die Leute sich Zucker aus dieser Tasse da rausnehmen konnten für ihren Kaffee. Ja, was ist dann passiert? Irgendjemand hat diesen Zettel da runtergenommen, beziehungsweise vielleicht ist er auch runtergefallen. Jedenfalls lag dieser Zettel hinterher neben der Tasse mit dem Zucker drin. Und jetzt haben wir hier diese Situation, dass dieser Warnhinweis, bitte keinen Zucker nehmen, direkt neben der Tasse steht mit Zucker. Das sorgt natürlich für Verwirrung. Man fragt sich, was ist das wohl? Ist der Zucker vielleicht vergiftet? Wieso soll ich den Zucker nicht nehmen, wenn er doch da steht? Die falsche Zuordnung hier sorgt also für erzwungene Sequentialität, nämlich für Irritation oder auch dafür, dass ich den Zucker nicht nehme, sondern mir den Zucker irgendwo anders besorgen muss. Oder sogar, dass ich eventuell am Ende keinen Zucker kriege, obwohl ich sowieso der Meinung bin, dass in Kaffee kein Zucker gehört. Aber das ist eine ganz andere Frage und keine ergonomische an dieser Stelle. Also Zuordnung ist sehr, sehr wichtig. Und Zuordnung ist oft kompliziert. Das sehen wir an einem anderen realweltlichen Beispiel. Also realweltlich, also auch Software ist natürlich realweltlich, aber an einem Nicht-Software-Beispiel. Nämlich an diesem Automaten hier, der Parkautomat. Ein Parkautomat, den ich so am Massbahnplatz in Paderborn vorgefunden habe und dann gleich mal fotografiert habe. Normalerweise gehe ich bei diesem Parkautomaten oder beim Parken in Paderborn so vor, dass ich eine App nutze. Und in der App, da ist mein Kennzeichen hinterlegt und dann kann ich sagen, so lange will ich parken. Und dann sage ich, bitte bezahlen. Das geht dann über die Telefonrechnung. Das ist natürlich praktisch. Aber an dem Tag hatte ich das Handy aus irgendeinem Grunde nicht mit. Also musste ich diesen Automaten benutzen, um meinen Ticket zu kaufen. Und dann stand ich vor diesem Automaten und stand wirklich wie der Ochs vorm Berge. Und habe auf dem Automaten hin und her geguckt und hin und her geguckt, um herauszufinden, wie ich diesen Automaten richtig bediene. Denn auf diesem Automaten ist alles durcheinander. Also die Zuordnung, wo steht, was welcher Knopf tut und wo ist die Beschriftung des Knopfes. Das ist hier nicht das Gleiche. Da haben wir noch zwei Ebenen. Naja, das ist weit durcheinander. Und das können wir uns mal angucken, wenn wir uns das ein bisschen größer angucken. Und ich mache mal mit Pfeilen dahin, wo beschrieben steht, was der Knopf tut. Ihr seht ja, unter den Knöpfen stehen ja Buchstaben A, T, 2, 3 und so weiter. Und wo steht jeweils beschrieben, was das bedeutet. Und dann seht ihr daran, dass diese Pfeile so wirre durcheinander gehen, dass es nicht zugeordnet ist. Es keine erkennbare räumliche Zuordnung gibt zwischen der Beschriftung und Beschreibung eines Knopfes und dem Knopf selber. Es geht wirr durcheinander hier auf diesem Automaten. Und das ist nur teilweise verständlich. Also man kann einiges mit der Hardware begründen. Zum Beispiel, dass es ja gewisse Notwendigkeiten gibt, wie die Hardware im Innen organisiert sein muss. Zum Beispiel muss ja der Geldeinwurf oben und die Geldrückgabe unten irgendwie in einer Flucht zueinander sein. Das kann ja nicht sein, dass das irgendwie weit um die Ecke geht oder sogar horizontal ist. Das würde ja so nicht funktionieren. Und auch sonst sind bestimmt innen drin bestimmte Einheiten so, dass sie nun mal, naja, diese Anordnung in gewisser Weise, naja, zwangsläufig hervorbringen. Das wollen wir mal dem Ganzen zugutehalten. Nur, warum kann denn nicht zum Beispiel die Beschriftung der Knöpfe unter den Knöpfen stehen? Warum steht denn da 2 und nicht einfach auf diesem Aufkleber Parkschein anfordern? Das wird doch auch dahin passen. Und auch Tageskarte würde doch dahin passen. Und auch Abbruch würde dahin passen. Und auch, sagen, Parkschein entnehmen würde an die 3 passen. Warum ist es notwendig, dass diese zusätzliche Ebene dann noch dazwischen ist? Ja und wenn, warum ist dann dann die Reihenfolge nicht so, dass zumindest es so ist, dass die Reihenfolge der Knöpfe der Reihenfolge der Schritte entspricht. Rechts sieht man ja die Reihenfolge der Schritte. Aber ihr seht, Tageskarte ist nicht der erste Knopf, sondern der zweite Knopf. Also irgendwie ist das ganz grundsätzlich von der Zuordnung her ein Problem. Warum ist das so problematisch, dass das so weit auseinander liegt? Denkt wieder zurück an die Architektur der Wahrnehmung und den Bereich des scharfen Sehens. Der Bereich des scharfen Sehens ist stark eingeschränkt. Ausgestreckter Arm, Daumennagel. Das ist das, was man gleichzeitig scharf sieht. Das bedeutet hier an dieser Stelle, ich habe gar nicht die Möglichkeit, alles gleichzeitig zu sehen auf diesem Automaten, sondern ich muss mir diesen Automaten erwandern, mit dem Auge abwandern. Und wenn die Sachen weit auseinander liegen, dann muss ich ständig hin und her gucken. Dabei komme ich vielleicht dann auch noch durcheinander. Es ist also eine erzwungene Sequentialität, die ich hier auf jeden Fall dadurch erzeuge, dass ich, sagen wir mal, Beschriftung und Knopf nicht zueinander bringe. Und dazu kommt noch die Beschreibung. Also, was der Knopf denn tut. Den könnte ich idealerweise auch noch mit dazu bringen. Aber selbst wenn ich das an einer anderen Stelle beschreibe, hier habe ich die Bedienungsanleitung und hier ist das Eingabefeld selber, dann wäre es trotzdem sinnvoll, die Beschriftung an diesen Stellen mit anzugeben und nicht irgendwie eins, zwei, drei. Und an anderer Stelle steht dann, was eins, zwei, drei bedeutet. Ich kann also motorischen Aufwand einsparen, durch das hin und her gucken. Ich kann sensorischen Aufwand sparen, dadurch, dass ich ständig umfokussieren muss, zum Beispiel immer woanders hingucken muss. Und ich kann letztendlich auch mentalen Aufwand verringern, dadurch, dass ich diese Kompliziertheit und diese Komplexheit aus dem Ganzen herausnehme. Alles drei ist an dieser Stelle möglich, einfach durch eine bessere räumliche Zuordnung. Schauen wir uns mal an, was für Techniken zur räumlichen Zuordnung es gibt. Solche Techniken wurden vielfach bereits untersucht und zwar interessanterweise in der Psychologie an fast immer dem gleichen Beispiel. Oder sagen wir andersherum, es gibt ein Beispiel, was in der Psychologie schon seit Jahrzehnten für Zuordnungsuntersuchungen immer wieder herangezogen wird. Und das ist das Beispiel der Zuordnung der Stellglieder an einem Herd zu den Feldern auf dem Herd. Also, welche Platte schalte ich mit welchem Stellglied an oder aus? Das sehen wir auch hier. Und welche Möglichkeiten gibt es da, diese Zuordnung zu machen? Da gibt es eine ganze Menge, von denen uns jetzt nur einige wirklich interessieren, denn es geht uns um eine räumliche Zuordnung, die räumlichen Aspekte der Zuordnung. Ich könnte ja zum Beispiel hingehen und könnte neben die Einstellglieder hier jeweils ein kleines Icon bauen, so ein rechteckiges Icon und da habe ich die vier Platten drauf und jeweils eine ist ausgefüllt. Das würde natürlich eine Aussage darüber machen, welche dieser Platten hier entsprechend heiß gemacht wird. Um diese Art der Zuordnung soll es uns nicht gehen, sondern es geht uns tatsächlich um Zuordnungen, wo irgendwo durch eine räumliche Anordnung eine Zuordnung gemacht wird. Wie sieht das aus, wenn wir diesen Fall hier haben? Wir machen jetzt mal Experimente, das wurde gemacht, es werden Experimente durchgeführt, wo die Leute am Anfang erstmal erlernen können, welches dieser Stellglieder welche Platte schaltet. Es ist also nicht so, dass sie erraten sollten, welche Platte das schaltet, sondern sie konnten das lernen. Sie konnten den Herd eine ganze Zeit lang ausprobieren und dann konnten sie sich das merken und danach sollten sie dann immer entsprechend irgendeine bestimmte Platte ein- oder ausschalten. Und dann hat man untersucht, wie hoch die Fehlerrate ist, also wie viele falsche Platten werden dann eigentlich eingestellt. Und man ist darauf gekommen, dass es ja gewisse Wahrscheinlichkeiten gibt für Fehler. Die sind nicht ganz gleich. Also ihr seht in den jeweiligen Anordnungen rechts und in der Mitte sind zehn Prozent Fehler, während in der rechten Anordnung nur sechs Prozent Fehler gemacht werden. Jetzt können wir natürlich spekulieren, woran das liegt. Das soll uns aber an dieser Stelle gar nicht so sehr interessieren. Wir erkennen einfach mal an, es kommt zu Fehlern, obwohl die Leute gelernt haben, welches Stellglied welche Platte schaltet. Ja, wie können wir das reduzieren? Und es gibt Methoden, wie wir es hinkriegen, diese Fehlerzahl auf Null zu senken. Und eine dieser Methoden ist die der Kongruenz. Kongruenz kennt ihr vielleicht noch aus der Schule oder generell aus der Mathematik. Kongruente Dreiecke ist zum Beispiel so ein Thema. Was heißt dann Kongruent? Kongruent heißt ähnlich. Ich mache also eine Anordnung der Stellglieder, die ähnlich ist wie die der Platten. Oder andersherum, ich mache eine Anordnung der Platten, die ähnlich ist wie die der Stellglieder. Das ist natürlich genauso möglich. Und diese Variante wurde hier jetzt durchgeführt. Hier haben wir tatsächlich eine kongruente Anordnung. Seht mal, auf der linken Seite haben wir zehn Prozent Fehler, weil es keine ableitbare Zuordnung gibt aus der Anordnung der Stellglieder zu der Anordnung der Platten oben. In der Angabe rechts ist das möglich. Und zwar einfach dadurch, dass die Platten etwas zueinander versetzt gestaltet wurden. Jetzt kann ich quasi, wenn ich von links nach rechts gucke, die Platten und die Stellglieder zuordnen. Also von links nach rechts kommen die Platten. Erst A, dann B, dann C, dann D. Und in der Reihenfolge haben wir auch unten die Stellglieder. Das heißt, wir haben jetzt eine hinreichend große Ähnlichkeit hergestellt. Und es gibt einen optischen und zwar dauerhaft sichtbaren, persistenten Hinweis darauf, welches Stellglied für welche Platte steht. Diese Konkurrenz kann man durch vielerlei Transformationen quasi hinkriegen. Durch Abkippungen und durch Übertragung von horizontal auf vertikal ist das zum Beispiel auch möglich. Also dass ich zum Beispiel sage, ich habe hier eins, zwei, drei, vier Dinge, die ich schalten will und mache dann eins, zwei, drei, vier Knöpfe so in der gleichen Reihenfolge oder auch so. Das ginge auch. Das muss im Zweifelsfall mal erlernt werden, wie die Zuordnung ist. Aber die Fehleranzahl wird einfach dadurch, dass es diese Transformationen gibt, sehr niedrig. Wie wäre eine Konkurrenz gewesen, wenn wir eine Konkurrenz zu den Platten gemacht hätten, statt die Platten Konkurrenz zu den Stellgliedern? Naja, dann hätte ich vorne ein Einstellfeld gehabt, wo eben auch eins, zwei, drei, vier in so einer, wie bei einem Würfel, die vier, die Stellglieder angeordnet wären, dann genauso wie oben. So ein Beispiel sehen wir jetzt gleich auch nochmal auf der nächsten Folie. Es gibt also für Konkurrenz mehrere Möglichkeiten. Es gibt aber auch noch Alternativen zu Konkurrenz. Nämlich auch das wurde untersucht. Mehrere verschiedene Designs wurden in Zusammenhang gestellt und in Vergleich gestellt. Und da sind zum Beispiel diese drei. Das sind die drei Ks. Die sollte man sich merken. Konkurrenz, Kollokation und Kopplung. Oder man kann sich auch die deutschen Begriffe entsprechend dazu merken. Ähnlichkeit, Nähe und Verbindung. Aber die drei Ks sind vielleicht ein bisschen eingängiger sogar. Wir sehen links eine andere Alternative zur Konkurrenz. Dieses Mal sind die vier Stellglieder in Ähnlichkeit zu den Platten angeordnet worden. Und auch hier gibt es kein Vertun. Es ist ganz klar, welches dieser Stellglieder, welche Platte ein- und ausschaltet. Kein Problem. Das zweite, Kollokation, also Nähe. Ich bringe einfach die Stellglieder in die Nähe der Platte, die es schaltet. Das ist auch eine Methode, die auf jeden Fall funktioniert und die sehr eindeutig ist. Denn ich sehe dann immer das Stellglied und die Platte auf einmal. Das hat natürlich Nachteile in der Praxis. Ihr könnt euch das zum Beispiel auch mal vorstellen, wenn ihr euch einen Raum vorstellt und in dem Raum sind Lampen. Dann kriegt ihr, ist natürlich immer die Frage, ihr habt irgendwo eine ganze Menge von Schaltern, wahrscheinlich so alle nebeneinander. Eine große Halle, die ihr vielleicht schalten wolltet, ein- und ausschalten wolltet, die Lichter. Und jetzt ist die Frage, welcher dieser Schalter schaltet welche Lichter an und aus? Ja, wenn ihr das so beieinander habt, dann habt ihr wieder genau diese Problematik. Dann könnt ihr wieder über Konkurrenz zum Beispiel hingehen. Ihr könntet aber sagen, ihr macht einfach neben jede Lampe den entsprechenden Schalter. Solche Lampen gibt es ja. Kennt ihr vielleicht diese Lampen, wo man so dran ziehen kann direkt. Oder auch, sagen wir mal, jede Wohnzimmerlampe, die haben ja häufig den Schalter direkt an der Lampe. Da ist es euch bestimmt noch nie passiert, dass ihr, sagen wir mal, den Schalter an der einen Wohnzimmerlampe gedrückt habt und die andere Wohnzimmerlampe ist angegangen. Das kann nicht passieren, weil ja Schalter und Lampe dann direkt einander durch Kollokation zugeordnet sind, durch räumliche Nähe. Wie gesagt, in der Praxis hat es oft Nachteile. Hier hätte es den Nachteil, dass man manchmal, wenn man da dran muss, an anderen Töpfen oder so vorbeigreifen muss. Trotzdem ist die Kollokation die für uns gleich interessanteste Variante. Da schauen wir gleich nochmal drauf. Die dritte Variante hier ist die der Kopplung oder der Verbindung. Was hat man hier gemacht? Schaut mal, man hat so kleine Verbindungslinien gezeichnet. Das heißt, ich kann von der Platte aus mit den Augen etwas folgen, einer Linie folgen und lande dann bei dem Stellglied, was ich bewegen muss, um diese Platte ein- und auszuschalten. Das ist natürlich etwas aufwendiger, als wenn das direkt nebeneinander ist, aber es ist auch eindeutig. Das heißt, ich habe keine Probleme, das Stellglied zuzuordnen zu der entsprechenden Platte an dieser Stelle. Wenn wir das Ganze jetzt übertragen auf Nutzungsschnittstellen, dann ist die Kollokation die bevorzugte Technik. Warum? Überlegt mal kurz. Ich habe es eben eigentlich schon gesagt, Kollokation ist deswegen die bevorzugte Technik, weil sie eben dieser Eigenschaft der Wahrnehmung, dass ich nur kleine Teile gleichzeitig wahrnehme, so gut entspricht. Das heißt, ich kann es hinkriegen, dass ich das, was ich stelle zum Beispiel, also was ich einstellen will und das, womit ich es einstelle, gleichzeitig sehe. Oder, nehmen wir mal ein typisches GUI-Beispiel, das Eingabefeld und seine Beschriftung kann ich gleichzeitig wahrnehmen. Und das ist natürlich immer zu bevorzugen. Und diese Probleme mit dem irgendwo dran vorbeigreifen und so, die haben wir in User Interface so nicht. Das heißt, Kollokation ist eigentlich das, was man idealerweise tun sollte, wenn es denn möglich ist. Es gibt aber manchmal, sagen wir mal, Gründe, die dagegen sprechen. Oder andere Entscheidungsgründe, die eine Kollokation schwieriger machen. Schauen wir uns dafür mal ein Beispiel an. Dieses Beispiel ist etwas angelehnt an das, was ihr auf der linken Seite seht. Das ist eine ältere Mediensteuerung, wie sie in einigen der Seminarräume in der Uni zu finden war. Für die Anschlüsse unten, also unten habe ich ja zwei Videoquellen, eine Audioquelle und mit den Knöpfen kann ich das ein- und ausschalten. So etwas stellen wir uns jetzt mal als digitale Variante vor und gehen mal davon aus, wir haben drei Buchsen. Die drei Buchsen sollen hier auf der rechten Seite dargestellt sein. Einmal VGA und zweimal HDMI. Ja, wie schaffe ich es denn, diese Zuordnung jetzt hinzubekommen, dass ich welche Quelle ich ein- und ausschalte? Ideal wäre, ich würde die Knöpfe genau so anordnen, also nebeneinander. VGA, HDMI 1, HDMI 2. Das wäre perfekt. Vielleicht geht es nicht, vielleicht habe ich keinen Platz mehr. Dann sollte ich aber eine trotzdem kongruente Anordnung nehmen. Das eine ist natürlich auch kongruent, aber ich kann ja auch mit so einer Verkippung oder Abkippung arbeiten. Das heißt, ich mache hier die Anordnung auch so. VGA, HDMI, HDMI 2. Das heißt, ich habe die gleichen Reihenfolgen an dieser Stelle und dadurch kann es auch nicht zu Problemen kommen. Sinnvollerweise würde ich natürlich zusätzlich auch nochmal diese Anschlüsse beschriften, so dass, falls jemand sich nicht sicher ist, hier keine Probleme hat. Das ist Kongruenz in diesem Falle. Wir können auch Kongruenz noch an anderer Stelle sehen, nämlich hier zum Beispiel. Schaut euch das mal an. Was haben wir hier? Hier haben wir die Einstellung in Word für die Bildränder, für die, naja, Seitenränder, an denen, wenn man was druckt, wie viel Platz zum Rand gelassen wird. Und die Ausrichtung oder die Anordnung der Objekte ist eigenartig auf diesem Bildschirm. Rechts, ganz rechts, haben wir eine Vorschauanzeige und ganz links haben wir die Felder, auf denen wir was einstellen können. Dazwischen ist ganz viel Platz. Das ist schon mal sowieso komisch. Da könnten wir schon mal sagen, Kollokation für das Ganze und bringen das mal zusammen. Aber es ist auch komisch, dass diese oben, unten, links, rechts, Buntsteg-Einstellungen gar nichts mit der Position zu tun haben, auf das sie sich beziehen. Es wäre doch viel sinnvoller, wir würden hier eine Kollokation machen und würden so etwas machen. Wir würden sagen, aha, den oberen Rand stelle ich oben an, den linken Rand stelle ich links ein, den rechten Rand rechts und den unteren Rand unten. Das wäre jetzt Kollokation, weil diese entsprechenden Einstellglieder, um mal wieder in der Sprache zu sprechen, in der Nähe von dem stehen, was ich einstelle. Und ich stelle es jetzt natürlich nicht nur auf der Vorschau ein, sondern auch hinterher in dem eigentlichen Dokument. Aber es bezieht sich ja erst mal direkt auf diese Vorschau. Warum ist das Kollokation? Naja, klar, einfach, weil ich diese direkte räumliche Zuordnung habe. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel das Innere einfach mal wegnehme und würde sagen, ich hätte jetzt gar keine Vorschau, ich möchte aber diese Werte trotzdem einstellen, dann könnte ich das Mittlere vielleicht mal weglassen. Und was ich jetzt hier hätte, das wäre Kongruenz. Denn jetzt habe ich eine Ähnlichkeit in der Anordnung der Einstellglieder zu dem, worauf sie sich am Ende beziehen. So etwas wäre eine kongruente Anordnung. Gibt es auch Kopplung im User Interface? Tatsächlich gibt es Beispiele für Kopplung, auch wenn es relativ selten vorkommt. Aber es sollte unserer Meinung nach häufiger vorkommen. Hier ein ganz altes Beispiel eines Unix-Systems aus den 90er Jahren. Und was seht ihr da? Ihr seht hier eine Fehlermeldung. Und diese Fehlermeldung, die bezieht sich ja auf eine Stelle, wo der Fehler aufgetreten ist. Ihr seht, hier steht to selke. Das ist mein Kollege Harald Selke, an den hier eine E-Mail geschrieben wurde. Und was wurde hier gemacht? Ja, das ist natürlich keine E-Mail-Adresse, die hier steht. Das heißt, dieses System konnte diese Adresse nicht vernünftig auflösen und konnte deswegen die E-Mail nicht verschicken. Und anstatt das einfach nur anzugeben, wurde hier ein Hinweis auf genau diese Stelle gegeben, an der sich der Fehler befindet. Da werden wir bei Rückmeldungen nochmal darauf zurückkommen, dass man Rückkopplungen räumlich koppeln kann. Und das wurde hier genau über diese Technik der Kopplung gemacht. Und zwar hier vielleicht mit einem etwas übertriebenen Pseudo-3D-Effekt, aber er ist sehr gut zu sehen. Es gibt einen richtigen Pfeil auf diese Stelle. Hier zum Beispiel sehen wir LibreOffice. Und an diesem Dokument in LibreOffice sind Kommentare angebracht. Und schaut mal, was da ist. Die Kommentare, die sind mit solchen gepunkteten Linien, mit der Stelle verbunden, auf die sie sich beziehen. Und hier haben wir genau einen Grund oder einen Fall, wo wir sagen könnten, ja, Kollokation wäre ja auch nicht schlecht. Also ich würde dann vielleicht auf das Wort klicken und hätte dann direkt da das stehen. Aber dann würde ich ja immer Teile des Textes verdecken. Und vielleicht möchte ich auch eine Übersicht haben über alle Kommentare an einer Seite, so wie es hier gelöst ist. Also sage ich, ich möchte die Kommentare alle beieinander haben. Und die Zuordnung, die mache ich natürlich nicht ganz wirr. Ich mache nicht den Kommentar, der nach oben gehört, ganz unten auf die Seite und dann Linien quer dadurch, sondern mache sowas in Richtung Kollokation. Aber die eigentliche Zuordnung mache ich dann per Kopplung. Das bietet sich sowieso oft an, zusätzlich zu anderen Techniken der Zuordnung, also zusätzlich zur Kollokation und zur Kongruenz, auch noch Kopplung zu machen. Das kann eigentlich nie schaden, weil es immer eine zusätzliche Eindeutigkeit an dieser Stelle hervorbringt. Soviel an dieser Stelle erstmal zu den Zuordnungstechniken und wie wir sie einsetzen sollten. Und im nächsten Video geht es weiter mit generischen Buttons, denn generische Buttons sind auch ein Zuordnungsproblem, auch wenn man das vielleicht gar nicht so wahrnehmen würde erstmal. Und dann geht es weiter mit dem Aufmerksamkeit. 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 Und dann geht es weiter mit dem Aufmerksamkeit.